Ich will nicht dem Klement irgendwie in den Rücken schießen. Ja da brechen wir schon den Fluss! Bei uns! Wir sind eh vorhin da stehen! Wir haben gesagt, es ist 75. Entschuldige, da hat er eine Art Karte. Sicherung des Behälters beenden. Kann das mehr operieren? Ja. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Haben Sie jetzt keinen einzigen Verlust? Ja, er hat das halt von hinten umgebracht. Warum kann man... Wenn du das große Schild hast, nicht so viel bewegen. Dann gehst du nämlich immer wieder in die Schuze. Nein, ich bin... Weggerannt, weil er das... Ja, ja. Aber davor auch schon. Wie gesagt, wir hätten halt jetzt den Thermal gebraucht. Ähm, das hat... Ja, ja. Süß. Ja, ja. Macht er keinen Stress. Geht alles gut. Ja, ja. Ja, ich bin nicht verkommen, Alter. Ja, ich bin nicht verkommen, Alter. Ne? Letzter verbleibender Gegner. Es bleiben noch 15 Sekunden. Drinnen sehen wir ihn jetzt nicht. Ja. 10 Sekunden übrig. Schade. Los! Los! Nice. Well played. Ja, das war echt nicht schlecht. Ja, Neil, wir können auch gehen, wenn du willst. Brauchst uns ja offensichtlich nicht.